Der U-Bahnhof als Schauplatz des Grauens für jugendliche Fäuste, die ein Ziel suchen, ein Opfer. Einen 34-jährigen Familienvater. Sie erinnern sich, wir hatten berichtet über den brutalen Überfall auf ihn zum Jahreswechsel und dass dieser Überfall von einer Überwachungskamera festgehalten wurde. Die 17- bis 19-jährigen Angreifer, alle Polizei bekannt und vorbestraft, wurden heute verurteilt. Das Gericht setzte dabei ein deutliches Signal. Die Angehörigen der Verurteilten in Tränen aufgelöst. Mit einem so konsequenten Urteil hatten Eltern und Freundinnen der mutmaßlichen U-Bahn-Schläger wohl nicht gerechnet. Zwischen dreieinhalb und fünf Jahren Jugendstrafe. Bei derart schwerwiegenden Taten, so das Gericht, waren Bewährungsstrafen nicht mehr möglich. Der öffentliche Nahverkehr sei kein wörtlich Ersatzkriegsschauplatz, in dem wild gewordene junge Männer ihre überschüssigen Aggressionen austoben dürften. Der Vorsitzende erklärte, dass die Angeklagten aus Spaß Gewalt verübt haben. Sie sollen sich zusammengeschlossen haben, um bewusst völlig unbeteiligte Dritte anzugreifen und zu schlagen. Und das sollen sie nur getan haben, um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu stärken. Ein Fall, der Schlagzeilen machte. Zum Teil festgehalten durch die Überwachungskamera auf dem U-Bahnhof. Vier junge Männer greifen einen Fahrgast an, schlagen den Mann. Dann klatschen sie ab wie Sportler nach einem Sieg. Als der Mann flüchtet, setzen sie ihm nach. Was die Kamera nicht zeigt, der Terror geht weiter. Sie stoßen ihn eine Treppe herunter, schlagen und treten zu viert auf den Mann ein. Ihm wird eine Wodkaflasche gegen den Kopf geschleudert. Das Opfer, ein 34-jähriger Familienvater, erleidet Schädelverletzungen, Hirnblutungen, einen Armbruch. Seither leidet er an Sprachstörungen und epileptischen Anfällen. Nun Genugtuung durch ein vergleichsweise strenges Urteil? Er hat zu mir gesagt, dass ihm die Strafhöhe keine Bedeutung, oder er keine Bedeutung bei ihm ist. Sondern für ihn war es sehr wichtig, in diesem Verfahren gehört zu werden. Seine Position darstellen zu können, dass man ihm auch den Raum gelassen hat, auch gegenüber den Tätern zu sagen, Jungs, das habt ihr mir angetan, lernt daraus und für die Zukunft lasst es. Am selben Abend hatten die Angreifer auch auf anderen U-Bahnhöfen Fahrgäste geschlagen, getreten und verletzt. Einmal hatten Opfer telefonisch die Polizei alarmiert, doch die kam nicht. Der Vater eines der Verurteilten beschuldigt deshalb die Polizei. Die Polizei in Berlin trägt Schuld, weil sie nicht angekommen sind. Die Polizei konnte diese Tat verhindern. Aber Ihr Sohn ist zum Schläger geworden. Dann können Sie die Schuld doch nicht auf die Polizei schieben. Das erste Mal konnte die Polizei vor zwei Stunden die erste Tat verhindern. Die Polizei ist schwach. Die Polizei ist schuld. Für Erziehung sind nun andere zuständig in der Jugendstrafeanstalt. Und wie gesagt, die heute verurteilten Jugendlichen hatten schon eine lange Vorstrafenliste.